Schatz, wie findest du mein Kleid? Mein kleines Kleid? Dass er sich anhackt? Ja, besonders hübsch. Oder findest du das grüne schöner? Das grüne? Das mit dem spitzen Ausschnitt, das kurze. Ich hol das, warte mal eben. Nee. Ja, was? Nee. Ich find es nicht schöner, als das, was du anhast. Aber du hast gesagt, es steht mir voll gut. Ja, Schatz, es steht dir auch gut. Warum findest du es dann nicht schöner? Ich finde das, was du anhast, sehr schön. Und das andere auch. Das, was ich anhabe, steht mir also nicht so gut. Alter, doch, es steht dir auch gut. Was, Alter? Dann zieh ich das lange Graue nochmal an. Ah ja. Oder gefällt dir das nicht? Doch. Ich dachte, es ist dein Lieblingskleid. Ja. Dann gefällt es dir also doch besser, als das, was ich anhab. Schatz, ich finde, du siehst toll aus in dem, was du anhast. Weißt du, Komplimente helfen mir jetzt auch nicht weiter. Gut, dann zieh das lange Graue an. Du findest also doch nicht gut, was ich anhab. Doch, aber es scheint dir ja selber nicht zu gefallen. Es gefällt mir nicht. Das ist das Schönste, was ich hab. Dann behalt es doch an. Gerade hast du doch gesagt, ich soll das Graue anziehen. Du kannst das Graue anziehen. Oder du kannst das Grüne mit dem spitzen Ausschnitt anziehen. Oder das, was du gerade eh anhast. Dann ist es dir also völlig wurscht, was ich anhab, wenn ich das so richtig nehme, ne? Boah, dann nimm das Grüne. Das wunderschöne Grüne. Und zieh das einfach an. Erst soll ich das anbehalten, dann soll ich das Blaue anziehen. Jetzt doch wieder das Grüne. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Wir müssen schon langsam los. Liebling, du kannst doch ganz einfach... Boah, ich krieg die Krise, weißt du? Ich kann mit dir über Politik reden und über Schule und den ganzen Kram, aber nicht über die Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Ey, ich hab auch gar keine Lust mehr. Frau, ey. So, du hast du gebraucht, ey.